Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie, Mord im Orient Express. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere grauen Zellen richtig anstrengen müssen. Und gut, wir hatten auch ein bisschen Hilfe bei der Pyramide, weil ich es irgendwie nicht gecheckt hatte. Ich hatte gedacht, dass ich da das richtig abgezeichnet hatte, habe es aber nicht und stand aufgrund dessen ziemlich auf dem Schlauch. Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt aus dem Büro rausgehen? Ich habe ja eigentlich alles. Ah, ich habe nicht alles. Da ist ein Schnurrbart. Ey, gerade mal 13 von 40. Ja, die schlechte Nachricht ist, ich habe nicht so viele bisher gefunden. Nein! Du hast alles erledigt. Was soll ich denn hier noch machen? Hä, ich habe doch soweit alles erledigt. Durchsuche das Büro. Er muss ein paar Hinweise für den Zugang zu Ratched's Schließverrinter lassen haben, für den Fall, dass etwas schief läuft. Hä? Zwei von drei? Er hat auch nur zwei von drei. Oh, das ist euer Ernst. Bei jedem fehlt noch ein Hinweis? Ich dachte, wir können jetzt zur Bank spazieren. Leute! Aber mit dem Buch ist irgendwas noch nicht ganz in Ordnung, ne? Das Problem ist, ich kann auch nur durchblättern. Ich kann damit ja nichts machen. So, ich kann damit nichts machen. Weißes Kaninchen. Ja, das könnte jetzt natürlich auch ein Hinweis sein, klar. Okay. Okay. Ja, was soll ich denn da... Die anderen Sachen sind ja alle grau. Also, die habe ich ja auch soweit erledigt. Deswegen verstehe ich jetzt gerade nicht... Was ich jetzt hier noch machen soll... Hier habe ich ja eigentlich auch alles erledigt. Abgesehen von dem Buch, okay? Beziehungsweise, da habe ich ja auch alles erledigt in dem Buch. Die Bücher sind hier irgendwie... Die Bücher sind hier irgendwie... Drei, drei. Ich schreibe mir das von... Habe ich das von dem selber nochmal rausgeschrieben? Ich schreibe mal Buch alt. Haben wir dann drei, drei. Drei, drei. Und dann... Ah doch, hier neun. Drei, drei, neun. Sechs. Ja, drei, drei, neun, sechs. Was auch immer das jetzt heißen soll. Mit dem Schlüssel kann ich logischerweise auch nichts machen. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was das jetzt... Ob das jetzt irgendeine Bewandtnis hat? Hm. Warum kann ich hier noch heranzoomen? Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Das war nur für ein Fall, ne? Bald haben wir das Passwort entschlüsselt. Ich kann es füllen. Wie? Was? Neue Spur. Das haben wir doch schon gelesen hier. Ach, ich bin nur auf Lesen gegangen und nicht... Nein, oder? Wollt ihr mich denn veräppeln? Fünfstellig, Moment. Fünfstellig. Drei, vier, vier... No, 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 nicht gut. Nicht zurücksetzen, bitte. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ja, ich kann ja leider nicht auf die letzte Seite. Ich muss zugewöhnen, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Ja, red doch nicht so lang. Denk nach, Poro. Das kann nicht die Antwort sein. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ich glaube nicht, dass das die richtige... Ach so, das kann ich. No, no, no. Ich glaube... No, no, no. Ich muss zuge... Hä? Drei, vier, vier, sechs. Die konnte ich auf jeden Fall entschlüsseln. Das Einzige, was jetzt noch so lang ist wie das hier, ist die Kontonummer. Und sonst haben wir gar nichts, was so lang ist wie das hier. Ich meine, ich kann die Kontonummer da reingeben, aber bringt uns das was? Das wäre dann die 8, 2, 6, 6, 4. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Also, das muss mit dem Buch zusammenhängen. Mit dem Buch haben wir ja schon herausgefunden, welche Seiten... Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Keine Ahnung, das hatte ich ja schon erledigt soweit. Hier müssen noch irgendwo Hinweise zu finden sein. Oder wenn ich das gemacht habe, sagt er dann erst was bei dem Buch. Kann das sein? Nö. Aufgeschrieben? Was habe ich denn jetzt hier aufgeschrieben? 3, 3, 9, 6. Das ist alles, was man hier drin findet. Und in dem anderen Buch... haben wir die 6, 0, 3, 3, 4, 9, 6, 2. Das wäre aber viel zu lange. Wir brauchen eine 5-stellige. 3, 3. Hier ist doch sonst keine Zahl mehr drin. 3, 3, 3, 9. Wo habe ich jetzt die Nummer stehen hier? 3, 3, 9. 6. Und danach kann man da nichts mehr lesen hier. Aber ich habe ja jetzt auch alle ausprobiert, die da auf der Seite drin sind. Ich verstehe es wirklich nicht. Sehen wir, da stehe ich hier gerade sowas von auf den Schlauch. Ich meine, ich habe ja die ganzen Zahlen schon aufgeschrieben. Also, da stand drin, Seite 88. Das wäre dann die 3. Seite 91, die 4. Seite 94. Moment, wieso 9? Wieso habe ich 4 aufgeschrieben? Oh nein, oder? Seite 94 steht da 9 drin. Es wäre aber dann die neue Ausgabe und nicht die alte Ausgabe. Ich glaube, ich habe bei der alten Ausgabe geguckt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Seite 96. Steht hier nämlich nichts drin. Ja, ich habe, glaube ich, eine alte Ausgabe. Da stand aber auch drin, dass ich die alte Ausgabe nehmen soll. Also, Seite 96 steht hier zum Beispiel jetzt nichts drin. Und Seite 98 steht hier auch nichts drin. Wieso habe ich mir da die 2 aufgeschrieben? Achso, weil das 1 danach kam, glaube ich. Ne, obwohl hier nicht. Moment. Oh, ist das heute kompliziert. Ich schreibe mir das nochmal eben komplett von vorne auf. Also, bei Seite 87, da haben wir bei dem 9 die, ne, die 60, nicht die 6. Äh, dann bei 88 haben wir die 3. Bei 89 haben wir auch die 3. Bei 91 haben wir die 4. Bei 94 haben wir die 9. Bei 95 die 6. Und bei 97 die 2. Und sonst habe ich hier gar nichts mehr in der Version. Aber steht hier irgendwo, welche Edition das ist? Ne, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass das die neue Version ist. So. Das sind alles alte Bücher. Hier steht leider nichts drin. Aber ich gehe mal davon aus, dass das die alte Version ist. Moment, wir lesen uns den Brief am besten nochmal eben durch. Da stand drin. Bestätigen Sie den Termin. Bringen Sie mir 50 Bündel. Sehen Sie in der alten Ausgabe von 1865 auf den Seiten 88, 91, 94, 96 und 98 nach. Das habe ich hier richtig aufgeschrieben. So. Da gehe rein, komm. So, auf der 88, da habe ich die 3. Äh, 91. 89, 90, 91. 91 ist nichts drin. Das heißt, da müsste ich dann theoretisch die alte Zahl nehmen. Das wäre dann die 4. Das ist richtig. Dann auf Seite 92, 93, 94. Steht hier eine 9 in der alten Ausgabe. 95, 96. Hier steht eine 6. Und die 98 kann ich hier nicht sehen. Bei der 98, bei dem alten stand zum Beispiel gar nichts drin. Ich hatte nur bis 97. Du kannst weniger nehmen. Hatte ich das jetzt mit der 9 schon ausprobiert? Ehrlich gesagt bin ich mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich probiere das jetzt einmal noch mit der 9 aus. Ansonsten, nee, Moment, der ist doch offen. In der Mindmap musste ich das machen, ne? Also, 3, 4, 9, 6. Oh, weil ich von der falschen Ausgabe die Nummer genommen habe, wollt ihr mich denn hier? Oh, ihr könnt mich doch mal. Oh. Jetzt bin ich aber doch eigentlich fertig, oder nicht? Ich denke, ich habe das Passwort für Regits Schließfach gefunden. Wir sind schon so nah dran. Uns läuft die Zeit davon. Haben wir alles? Ich habe den Schlüssel zum Schließfach. Und ich habe die Schließfachnummer. Außerdem haben wir das Passwort. Ich bin schon unterwegs. Zeit für einen Bankraub. Tut mir leid, dass Sie so lange warten müssen, aber ich habe noch nichts von Monsieur Wadi gehört. Sie müssen sich einen neuen Termin geben lassen. Das ist aber ärgerlich. Jetzt muss ich den Termin verschieben. In der Tat, ich hoffe, ich konnte Ihnen trotzdem weiterhelfen. Sie haben ja keine Ahnung. Das ging aber schnell. Bleiben wir bei unserem Plan? Oui, ich bin Monsieur Régit. Aber dank der Geheimhaltungspolitik der Bank wird wohl niemand nachfragen. Genau. Die Kunden der Bank genießen absolute Anonymität. Die letzte Schweizer Bank ihrer Art. Was war das denn gerade? So, verschaffe dir Zugang. Oh Gott, wenn das jetzt auch wieder so kompliziert wird hier, muss ich da mit ihr widersprechen? Madame, ich habe immer noch nichts von Monsieur Wadi gehört. Nun ja, wir werden ohne ihn auskommen müssen. Jetzt, wo mein Bekannter eingetroffen ist, wir wollen sein Schliessfach öffnen. Und die Zeit drängt. Ich hoffe doch, dass das kein Problem darstellt. Nein, gar kein Problem. Sie müssen mir nur Ihre Schliessfachnummer sagen. 4346. Darf ich Ihren Schlüssel sehen? Wissen Sie noch Ihr Passwort? Oui. Dürfte die Dame mich begleiten? Es müssen ihr natürlich keine Namen genannt werden. Natürlich. Ich öffne die Tür sofort. Bitte, gehen Sie die Treppe hinab. Der Wachmann wird Sie begleiten. Machen wir doch gerne, nachdem wir so dafür geackert haben. Und im Endeffekt ist es einfach ein dummer Fehler war, dass ich anscheinend... Achso, ich dachte, das wäre ein Aufzug. Dass ich anscheinend einfach das Falsche... Legen Sie bitte Ihre persönlichen Gegenstände in diesen Behälter und gehen Sie dann durch den Metalldetektor. Das Falsche aufgeschrieben habe. Ich werde das Schliessfach für Sie öffnen. Ich werde das Schliessfach für Sie öffnen. 4, 3, 4, 6. 4, 3. Geht das ja mal einmal rum? 4, 4, 6, ja. Ja, ich weiß jetzt nur gerade... Achso, doch, das Passwort war jetzt das, was wir jetzt endlich mal herausgefunden haben. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Also, 3, 4, 9. Und nicht die 3 war es, glaube ich, von dem neuen Buch. 4, 6 und 2. Das Problem wird eher werden, dass ich zwei Schlüssel verwenden muss. Ich werde das Schliessfach jetzt öffnen, wenn Sie gestatten. Merci beaucoup, Monsieur. Na, okay. Ich dachte, man muss selber zwei Schlüssel reintun. Ich warte bei der Tür, falls Sie Hilfe brauchen. Endlich! Ich vermute, es wird den Aufwand wert sein. Offenbar eine Sammlung persönlicher Gegenstände. Wissen Sie ja, was das zu bedeuten hat, Herr Mittleren-Lock? Das weiß ich in der Tat, Monsieur Proraux. Das sind... Souvenirs. Die Trophäen, die Serienmörder von ihren Opfern nehmen, um sich an ihre Morde zu erinnern. Ratchet war nicht nur ein Entführer. Das stimmt allerdings. Er war eine Monster. Hm. Ich meine, ich habe schon mal so einen Film gesehen, mit so einem Psychopathen, der halt eben Serienmörder war. Und der ebenfalls seine... ähm, ja... seine Trophäen in einem Bankschließfach aufbewahrt hat. Noch eine Trophäe. Diesmal von einer Frau. Ihre Namen werden wir vielleicht nie erfahren. Sie hatten Glück, als sie ihn bei der Ute getroffen haben, Mademoiselle. Ganz allein. Im Wald. Wie viele Opfer hatte Ratchet wohl? Zu viele. Naja, mindestens die Anzahl von den Dingen, die wir hier finden, ne? M.C. Der echte Journalist, Michael Clark. Ratchet muss ihn getötet haben, um seine Identität anzunehmen. Er nahm seinen Ring als Trophäe. Noch ein Opfer. Na toll. Die sind dann nicht so, äh... nicht so bekannt und damit nicht so begehrt, dass man drüber sprechen kann, oder was? Nicht so wichtig, so. Er wusste, dass die Seriennummern auf den Noten zurückverfolgt werden würden. Der Rest des Geldes aus der Armstrong-Entführung. Die Seriennummern passen. Ein weiteres Armband. Ein weiteres Opfer. Noch eine Trophäe. Und dann ist da noch die, die wir schon gefunden haben. Susannes rote Brille. Der Linke. Das ist Ratchet. Wer auch immer mit ihm abgebildet ist. Ihre Freundschaft scheint vorbei zu sein. Die Figur. Die Haare. Das könnte Noah sein. Ratchet's Partner bei Desis in Führung. Dann haben sie sich wohl zerstritten. Okay. Wem dieser Schlüsselbund wohl gehört haben mag. Jedenfalls nicht Ratchet. Was steht da? Kitten... Waggon. Okay. Ja. Ja. Die sind ein Vermögen wert. Verbrechen zahlt sich also doch aus. Da muss ich widersprechen, Mademoiselle. Diesmal war es der Verbrecher, der bezahlen musste. Jedes Mal, wenn Ratchet eine Seele auslöchte, gab es weitere, die unter dem Verlust leiden mussten. Na? Eine weitere Trophäe. Wir werden vielleicht nie erfahren, wie viele Menschen er ermordet hat. Vier Jahre Ermittlung. Vier Jahre Ermittlung. Was? Das könnte Noah sein. Denken Sie, Noah hat Ratchet aus Rache getötet? Der Zug. Was ist mit dem Zug? Ich weiß, wie ein Mörder flüchten könnte, ohne Spuren im Schnee zu hinterlassen. Flügel? Kamouflage. Die Trophäen. Poro, Sie wissen aber schon, dass wir noch einen Zug erwischen müssen. Nicht nur den Zug, Ermittlerin Locke. Wir haben einen Mörder zu fangen können. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.